Keine Panik auf der Titanic, auf Doll. Ihr dürft keine Panik schieben, egal was kommt. Das ist die wichtigste Regel beim Tiefseetauchen. Damit sagen wir, dass alles in Ordnung ist. Oh, wie alles klar. Ich mein okay. Und damit, dass wir in der Klemme stecken. Ach, sowas Dummes. Dabei kenn ich auch ein super duper Handzeichen. Pass mal gut auf. Ich seh, wie an deiner Beine deine Eier klatschen. Ja, wir! Jetzt aber Schluss mit der Kinderkacke, ihr Affen. Wir sind hier immer noch in Lebensgefahr.